Die Innovation Bridge Netherlands ist aus unserer Sicht total sinnvoll, weil es so eine natürliche Partnerschaft ist. Wir sind nahe beieinander, wir haben ähnliche Interessen. Es ist ein perfect match, wie hier auch gesagt wurde und das sehen glaube ich beide Seiten so. Es ist sehr gewinnbringend. Wir lernen viel voneinander, wir können aber auch viel miteinander machen und wir können einfach anfangen, weil wir keine langen Wege haben. Die Innovation Bridge Niederlande finde ich deshalb so spannend und wichtig, weil es uns ermöglicht eigentlich als Unternehmen und Akteure im Ruhrgebiet mit den Niederländern in Dialog zu kommen, voneinander zu lernen und auch natürlich möglicherweise neue Märkte zu erschließen. Ich bewundere den Mut mit dem die Niederländer offensichtlich strukturelle Themen angehen und Ökosysteme schaffen, die wirklich nachhaltig Wirkung zahlen. Dann haben wir abends auch mal den Spieß umgedreht. Wir haben total viele Pitches gesehen, total viele interessante Startups und dann haben wir auch mal den Startups gezeigt, was ist denn das Ruhrgebiet. Das haben wir gemacht zusammen mit unseren Partnern, also wir waren mit dem Ruhrhub da, mit Brick da, mit dem Startport und wir haben mal gezeigt, was hat denn das Ruhrgebiet eigentlich als Ökosystem für Startups und Scaleups natürlich zu bieten. Das hat total viel Spaß gemacht, weil wir auch auf ein sehr hohes Interesse gestoßen sind.